Thema dieser Einheit sind die Einflüsse auf die Enzymwirkung. Wie wir bereits wissen, beruht die Wirkung von Enzymen als Biokatalysatoren auf die Bindung des Substrats. Unterschiedliche Faktoren beeinflussen diese Enzymsubstratkomplexbildung. Unter diesem Gesichtspunkt betrachten wir im Folgenden den Einfluss von Temperatur und pH auf die Enzymaktivität und die Rolle der Substratkonzentration für die Enzymaktivität. Beginnen wir mit dem Einfluss der Temperatur auf die Enzymaktivität. Einerseits bewirkt die Umgebungstemperatur den Ablauf der biochemischen enzymkatalysierten Reaktion durch die Überwindung der Aktivierungsenergiebarriere. Andererseits hat die Umgebungstemperatur auch einen Einfluss auf die enzymkatalysierte Substratumsatzrate. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und guck negativечь pythorn.com Sehen wir uns지는 für uns cele summer. Dad Untertitelung des ZDF, 2020